Die Entstehung eines Hot Dogs So, lass mal gucken, was wir hier heute in der Küche drin haben Hallo, hier ist wieder euer Talk und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft Dafür bin ich jetzt gestorben? Ich bin jetzt gestorben, was wir hier heute in der Küche drin haben? Ich bin jetzt gestorben, was wir hier heute in der Küche drin haben? Ich bin jetzt gestorben, was wir hier heute in der Küche drin haben? Ich bin jetzt gestorben, was wir hier heute in der Küche drin haben?